Wenn Tom auf seinem Betrieb landwirtschaftliche Kulturpflanzen anbaut, möchte er, dass diese mit den aktuellen Herausforderungen bestens zurechtkommen. Hitze, Wasser, Wind, Schädlinge und so weiter. Er braucht Pflanzen, die sich schnell und gleichmäßig etablieren und entwickeln. Am Markt gibt es viele Produkte, die Keimung und Pflanzenentwicklung fördern. Die Produkte wirken auf unterschiedlichste Weise von der Förderung der Keimung und der Wurzelentwicklung bis hin zur Förderung der Nährstoffaufnahme und Verfügbarkeit im Boden. Wenn die Abwehrkräfte der Pflanze gestärkt sind, wird die Energie auf Wachstum und Entwicklung konzentriert, was eine konstante Leistung zur Folge hat. Angesichts der Vielzahl an verfügbaren Produkten und Lösungen. Und um den Anforderungen von Tom bestmöglich gerecht zu werden, hat RAGT das Fortify-Programm entwickelt. Ziel dieses Programms ist, für jede Fruchtart die beste Kombination aus Biostimulantien mit unserem Saatgut zu finden, welche die Leistungsfähigkeit unserer Sorten erhöht. Wir haben bereits hunderte von Kombinationen für Mais, Sonnenblumen, Sorgum und Futterpflanzen sowie für Raps, Erbsen und Soja untersucht. Das Fortify-Programm basiert auf einem strengen Protokoll, das eine gründliche Prüfung beinhaltet. Unsere besten Biostimulantien werden für jede Fruchtart zwei Jahre lang sowohl im Labor als auch im Feld- und Gewächshaus auf Wuchsstärke, Regelmäßigkeit, Ertragssteigerung sowie Ertragsstabilität und in weiterer Folge auch in der Saatgutaufbereitung geprüft. Dieses Programm ist jetzt eine Marke. Fortify, die Marke für stimuliertes Saatgut von RAGT. Unsere erste Wahl zur Steigerung der Erträge und zur Ertragsabsicherung für Sie und für Tom. Entdecken Sie jetzt! RAGT-Sorten. Stimuliert durch Fortify. Erhältlich für Mais, Sorgum, Sonnenblumen und das neue Fortify für Knaulgras und Rohrschwingel.